Musik Dass man Bücher nicht verbrennen darf, ist irgendwie sowas wie ein feststehendes Dogma der Kultur, würde ich mal sagen, vor allem der deutschen Kultur. Ich kann mich erinnern, ich war mal Buchhändler eine Zeit lang und wenn man da gesagt hat, das ist so ein Schund, dieser Roman, den könnte man eigentlich gleich verheizen, dann gab es immer ganz entsetzte Blicke, Bücher, kann man alles mögliche damit machen, die kann man auch makulieren, das heißt Makulatur draus machen, also das, was früher unter die Tapeten geschmiert worden ist, man kann sich auch schreddern oder so Pappmaché verarbeiten, aber verbrennen darf man sie nicht. Und wenn man davon ausgeht, dass man Bücher zwar ins Altpapier schmeißen darf und dass das Altpapier dann auch verbrannt wird in vielen Fällen, dann muss man das sich halt einfach wegdenken, also darf man nicht dran denken, es ist nicht richtig, wenn man Bücher verbrennt. Woher das speziell in Deutschland kommt, ist eigentlich relativ klar, weil die Nazis Bücherverbrennungen durchgeführt haben, wo missliebige Bücher verbrannt worden sind. Das war aber keine neue Idee von den Nazis, wie das meiste von denen ja keine neue Idee war. Bücherverbrennungen gab es da schon seit Jahrtausenden, muss man sagen, berichtet. Das Lexikon zum Beispiel, unter dem Stichwort Bücherverbrennung tatsächlich, Verbrennung missliebiger Bücher aus religiösen oder politischen Gründen, oft als symbolischer Akt. Auf Geheiß des Staates oder der Kirche wurden also Bücher verbrannt, eigentlich seit es Bücher gibt. Zur Geschichte zum Beispiel, der Einiger Chinas, der Kaiser Tsing Shi Huang Ti, hat um 213 vor Christus die politisch unerwünschten Bücher der Konfuzianer verbrennen lassen. Und später ging das so weiter, ich meine, wir kennen die ganze Geschichte von der Inquisition, Moment, wo wir hier zum Beispiel aus dem Lexikon erfahren. Die Inquisition des Mittelalters und der Gegenreformation überantwortete außer den Ketzern selbst auch heretische Schriften dem Feuer. Das ist sehr humorvoll ausgedrückt, aber bezeichnet natürlich ein ziemlich elendes Geschehen. Nun ist aber der Zusatz oft aus symbolischen Gründen sehr wichtig in dem Zusammenhang, weil gerade die Bücherverbrennungen der Nazis hatten natürlich ausschließlich symbolischen Charakter. Früher, bis zur Erfindung des Buchdrucks, muss man sagen, hatte das ganz praktische Gründe und auch Auswirkungen, wenn Bücher verbrannt worden sind. Die sind nämlich damit in den meisten Fällen verschwunden. Man hat also gesagt, in diesen Büchern stehen Gedanken drin, die nicht gedacht werden sollen und die vor allem nicht verbreitet werden sollen. Und wenn man das Buch dann verbrennt, dann sind diese Gedanken weg. Und zwar so lange, bis wieder jemand so ganz spontan irgendwie auf die gleichen Gedanken kommt. Das gilt immer für ketzerische Gedanken natürlich. Das galt aber auch schon bei dem chinesischen Kaiser, der damit, da muss ich jetzt aus dem Internet zitieren, weil es hier ausführlicher dargestellt ist, unter dem chinesischen Kaiser wurde die Vielfalt widerstreitender philosophischer Schulen abgeschafft und verboten. Lediglich die staatstragende Philosophie wurde gebilligt. Alle anderen Schulen wurden die Bücher verbrannt. Damit sind die Bücher halt einfach weg und die Gedanken auch wie gesagt. Wenn man später nach der Erfindung des Buchdrucks Bücher verbrannt hat, dann war das in seinen praktischen Auswirkungen manchmal immer noch verheerend, weil es gab von vielen Büchern halt nur ganz wenige Exemplare. Da mussten manche Gelehrten dann in ganz Europa herumreisen, um irgendwo in einer Bibliothek ein Buch einsehen zu können, von dem sie dann vielleicht zwei oder drei Zeilen oder ein Kapitel irgendwo zitieren konnten. Manche haben sich ja die Mühe gemacht, diese Bücher einfach auswendig zu lernen, weil man wusste ja nie, dann kommt wieder irgend so ein Kirchenfürst oder irgendein anderer Fürst daher und sagt, ah, das gefällt mir gar nicht, was in dem Buch drinsteht, das verbrennen wir jetzt. Und wenn dann einer das Buch auswendig gekannt hat, dann hat er es immerhin wieder aufschreiben können und damit war ein neues Exemplar in der Welt. Aber wenn wir jetzt vorblenden bis ins Dritte Reich 1933 zu den Bücherverbrennungen, das hatte nur noch symbolischen Charakter, weil vor allem auf lange Sicht nach dem Untergang des Dritten Reichs natürlich besonders die Bücher, die da verbrannt worden sind, gesucht wurden, also gesucht von den Käufern und den Lesern und deshalb in ungeheurer Zahl nachgedruckt worden sind, teilweise auch schon während dem Dritten Reich im Ausland dann. Also diese Bücher sind gerade nicht verschwunden und ich nehme mal an, dass die Nazis auch sehr genau wussten oder zumindest ahnten, dass sie die Bücher damit nicht aus der Welt schaffen konnten, dass sie sie aus den Bibliotheken rausgeholt haben und irgendwo verbrannt haben. In manchen Fällen, also Thomas Mann zum Beispiel, könnte man auch vermuten, dass den heute vielleicht gar keiner mehr lesend hätte, wenn die nicht verbrannt worden wäre. Da kann man nur spekulieren. Denn es sind sicherlich, muss man dazu sagen, auch Bücher unbekannter Autoren vielleicht tatsächlich verschwunden, aber in den meisten Fällen, wo Bücher verschwunden sind, während dem Dritten Reich oder während der anderen Diktatur, war das nicht so, dass die wegen der Verbrennung verschwunden sind, sondern einfach deshalb, weil man sie gar nicht erst gedruckt hat. Jetzt ist es heute so, dass die Bücher, die überhaupt gedruckt werden, in den meisten Fällen in solchen Massen gedruckt werden, dass theoretisch wahrscheinlich für jeden Leser der ganzen Welt ein, oder zumindest in Deutschland von den deutschen Büchern, ein Exemplar zur Verfügung stünde, dass die aber einfach überhaupt niemanden interessieren oder in vielen Fällen halt zumindest nicht gekauft werden. Und, das weiß ich auch noch aus dem Buchhandel, zum Beispiel Taschenbücher, da wird mal jetzt so über den Daumen gepeilt, von zehn Exemplaren, die gedruckt und gebunden werden, wird eins verkauft, manchmal zwei, bei einigen Bestsellern vielleicht fünf, dann drückt man gleich nochmal mehr und es werden nie alle verkauft. Wie tut der Buchhandel dann remittieren, wie man sagt? Wobei es beim Taschenbuch wiederum eine Vereinbarung gibt mit den Verlagen, dass die körperlos remittiert werden, was sich vielleicht die Ketzer des Mittelalters oder die Heretiker auch gewünscht hätten, dass man sie körperlos verbrennt. In dem Fall heißt es nichts anderes, als dass die Vorderseite vom Umschlag und dann noch ein paar Seiten wegrissen werden und eingeschickt an den Verlag, der Rest kommt im Müll, ins Altpapier. Hat lediglich den Vorteil, dass man nicht dauernd Pakete hin und her schicken muss. Aber jedenfalls, wenn heute ein Diktator herginge und würde sagen, oder ein Regime und würde meinen, so, jetzt will ich ein Gedanken oder bestimmte Art zu philosophieren oder revolutionäre Botschaften oder geheimes Wissen aus der Welt schaffen, dann hilft der Bücherverbrennung absolut nichts mehr. Es gibt ja auch Fotokopiere inzwischen. Es kann jeder ein Buch mit dem Handy abfotografieren, wenn er sich ein bisschen Mühe macht. Also, dass Bücherverbrennungen so verpönt sind, hat tatsächlich nur noch diesen Grund, dass man da immer ans Dritte Reich denken muss und dass die Nazis da Bücher verbrannt haben. Auf der anderen Seite kann man sich mal fragen, Ja, jetzt leben wir in einer Zeit, wo durch das Wirken der deutschen Regierung das Heizen mit Gas oder Holz oder Strom oder was auch immer Öl so teuer geworden ist, dass Leute, die jetzt nicht zur elitären oder privilegierten Mittel- und Oberschicht gehören, sich das bald nicht mehr wirklich leisten werden können. Warum sollten die jetzt keine Bücher verbrennen? Okay, da kann man einwenden, ein Buch, wenn ich das in den Ofen einheize, das brennt vielleicht zwei, drei Minuten, dann ist es ein bisschen warm und danach muss ich fünf Kilo Asche aus dem Haus tragen. Aber grundsätzlich ist der Gedanke doch zumindest denkbar. Warum soll man jetzt nicht mit Bücher einheizen? Und dann kommt der Einwand, ja, aber Bücher darf man nicht verbrennen, das hat einen symbolischen Gehalt. Und so wie die Nazis die Bücher symbolisch verbrannt haben, so müssen wir praktisch die Bücherverbrennung symbolisch verbieten, einfach um hier gegen die Nazis zu sein. Da bin ich vielleicht teilweise einverstanden und sage, okay, also wenn da jetzt jemand dann wieder Fahnen schwenkt und Uniformen trägt, dann ist es zumindest symbolisch sehr daneben. Aber zum reinen Heizen kann man dagegen eigentlich wenig sagen. Zumal zum Beispiel die Bücherschränke, die es an manchen Orten gibt, wo man Bücher zum Tauschen rein stellt, die einem selber nicht mehr gefallen und die vielleicht aber jemand anderer noch haben will. Da könnte man ja dann auch Literaturkritiker hinschicken und sagen, was ist denn davon vielleicht noch brauchbar? Es ist natürlich eine Art von Zensur und da sollte man eigentlich auch dagegen sein. Aber wir sind uns vielleicht einig, dass in so einem Bücherschrank das halbe Gesamtwerk von Konsalik rumstehen muss oder irgend so einem anderen. Meinetwegen muss man sich gar nicht politisch einteilen, aber irgendein so rechtsradikaler, militaristischer Schundschriftsteller, dessen Bücher in die 50er oder 60er Jahre in Millionen gedruckt worden sind und die wirklich niemand jemals mehr lesen will und eigentlich auch nicht sollte, die könnte man doch eigentlich genauso gut verheizen. Wobei dieser Gedanke mit dem sollte, da steckt eben die Zensur drin, das sollte man sich versagen. Sagen wir es einfach einmal so, wenn ein bestimmtes Buch von Karl May oder eben von Konsalik in so einem Bücherschrank drei oder viermal drinsteht, dann könnte man die billigste und hässlichste und dümmste und schlechterste Ausgabe davon rausnehmen und im Ofen verbrennen. Da fiele mir jetzt dann wirklich kein plausibler Einwand mehr ein, wo ich sagen würde, na, das geht überhaupt nicht. Die andere Frage ist natürlich die, was macht man heute, um Gedanken aus der Welt zu schaffen? Und da wird es dann heikel, weil dann kommen wir zu dem Punkt, dass man ja irgendwann angefangen hat, Bücher zu digitalisieren, eben um sie zu retten, gerade alte Bücher, die selten sind, und die stehen dann zum Beispiel im Internet. Und dann kommt ein, nicht gerade chinesischer Kaiser, aber eine Instanz, die glaubt, das moralische Recht zu haben, darüber zu entscheiden, was die Leute lesen, was sie wissen dürfen, was in ihr Gehirn hinein darf, und sagt, so, diese eine Seite da, dieser Aufsatz, dieser Eintrag, das wird jetzt gelöscht. Da tritt dann der Effekt ein, den wir wiederum aus der Antike und aus dem Mittelalter kennen. Diese Gedanken, diese Texte verschwinden dann tatsächlich. Wenn sie nicht zufällig in der Wayback-Maschine, also im Internetarchiv gespeichert sind, wobei die sicherlich irgendwann auch noch solchen Löschangriffen zum Opfer fällt, dann jedenfalls sind diese Texte weg und können auch nicht mehr diskutiert, gelesen, debattiert, man kann nichts mehr damit anfangen, die sind weg. Und die missliebigen Gedanken sind zumindest vordergründig aus der Welt, wie bei den Büchern, bis jemand wieder in der Lage ist, sich spontan zufällig neu zu denken. Das ist vielleicht eine ganz lustige Ironie der Geschichte, dass man früher Bücher verbrannt hat, um die Gedanken zu beseitigen, und heute löscht man sie, um die Gedanken zu beseitigen. Also erst kommt der Brand und dann das Löschen. Ist sicher Zufall, aber finde ich ganz lustig. Aber wenn man diesen Gedanken zu Ende denkt, dann sind wir heute im Grunde wieder genau da angelangt, wo die Sache irgendwann einmal begonnen hat. Es gibt eine bestimmte Schule des Denkens oder eine Schule des eben gerade Nicht-Denkens, sondern bestimmte Gedanken, die erlaubt sind, wie bei dem chinesischen Kaiser damals, und alle anderen abweichenden Gedanken, vor allem die, die klüger sind oder plausibler als die erlaubten Gedanken, die werden dann gelöscht. Es gibt dabei kein wirkliches Ritual mehr. Das liegt daran, dass die Moderne in Bezug auf Rituale sowieso zusehends verarmt, außer bei völlig sinnlose Rituale wie am Silvesterfeuerwerk oder am Faschingsbesäufnis. Aber der Effekt ist genau der gleiche. Und da wäre der Gedanke dann, ob man nicht vielleicht einmal alte symbolische Restriktionen über Bord werfen sollte und sich lieber dem zuwenden, was in der heutigen Welt passiert. Also statt darüber empört zu sein, dass jemand ein Konsalik ins Feuer einschürt, sollte man sich vielleicht lieber darüber empören, dass durch gewisse Behörden und Inquisitionen Texte und elektronische Bücher aus der Welt geschafft werden, ohne sie zu verbrennen, aber sie sind weg. Und das ist doch eigentlich der größere Skandal, als wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Ofen mit der Volksausgabe der gesammelten Werke von Richard Wagner einheiz, nichts gegen Wagner, aber braucht es das, mehr als die ganzen gelöschten Texte, da bin ich mir zumindest nicht ganz sicher. Wo wir schon dabei sind, da wäre jetzt der Wagner. Aber jetzt habe ich gerade gesehen, dass es umweltsäusch wäre, den zu verbrennen, selbst bei tiefsten Temperaturen, weil der ja in Leinen gebunden ist und die Druckfarbe wahrscheinlich auch noch Blei enthält von damals. Also machen wir es lieber nicht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020